Wenn wir heute alle Fahrzeuge, robotische Fahrzeuge, machen könnten und die könnten sich per Funk abstimmen, wie schnell sie fahren und wer fährt zuerst und wer danach, das wäre viel einfacher. Aber wenn wir Menschen haben, die sich nichts vorschreiben lassen und Roboter, die sich an die Regeln halten, dann haben wir eine Spannungssituation, weil die Menschen halten sich nicht unbedingt an die Regeln. Ich sage immer, dass ein autonomes Fahrzeug wie ein Taxi ist und was wir an diesem Auto machen, ist der Taxifahrer, das heißt die Intelligenz des Taxifahrers. Dafür müssen wir den Verkehr beobachten mit Videokameras und Sensoren, dann die Situation erkennen und aus dieser Situation geeignete Maßnahmen dann ableiten, das heißt, kann ich jetzt weiterfahren, muss ich nach links wenden, wie soll ich mich verhalten. Das ist etwas, was heute noch nicht vollständig realisiert ist in keinem Land und dann versucht man, dass die Autos anhand von den Sensorwerten, anhand von der Art und Weise, wie Menschen fahren, auch aus diesen Beispielen lernen, wie sich selber zu verhalten kann. Weil das wesentliche Problem noch ist, die Autoindustrie wird den Autopilot für die Autobahn in zwei, drei Jahren einführen, aber ich bin noch immer verantwortlich für das Auto, das heißt, auch wenn ich auf den Knopf drücke und das Auto von alleine die Spur hält und auf und zu überholt. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht mit dem Handy spielen, ich kann nicht schreiben oder ein Buch lesen, ich muss immer aufmerksam verfolgen, was das Auto tut. Und dann ist es noch schlimmer, weil wenn ich Auto fahre, brauche ich nicht an das Autofahren zu denken, ich kann an alles mögliche denken. Aber wenn ich Copilot bin, dann muss ich an das Autofahren denken, da habe ich den Kopf nicht frei für etwas anderes. Und deswegen denke ich, dass die Option in den Autos kommen wird. Aber die soziale Akzeptanz wird nicht richtig da sein. Ja, es ist sehr schwer. Wir haben schon alles Mögliche erlebt in unserem Fahrzeug. Wir haben zum Beispiel Fahrzeuge, die von rechts kommen, an der Kreuzung gefunden, wo niemand sitzt. Das Auto steht einfach da, aber ohne Fahrer. Und dann normalerweise muss man warten, bis das Fahrzeug fährt. Und deswegen gibt es nicht nur die Situation, sondern verstopfte Straßen oder wenn ein Lkw Möbel ablehnt und dann alles blockiert und dann muss man unter Umständen sogar ein Stück über den Bürgersteig fahren, sodass man weiterkommen kann. Das sind alle Grenzsituationen, wo Menschen immer wissen, was sie zu tun haben und wo der Computer immer noch überfordert ist. Das Erste, wo es kommt. Also ich erwarte, dass in den nächsten Jahren zunächst einmal die Autowahn übernommen wird. Aber da ist es ein bisschen uninteressant, wie ich schon gesagt habe, weil ich bin immer noch zuständig für das Auto und ich kann mich nicht entspannen. Im Verkehr selbst ist es noch zu schwierig und zu problematisch mit dem Passanten, mit vielen anderen Faktoren. Eine eigene Spur ist schwer zu schaffen in den heutigen Städten. Deswegen, was ich anbiete, ist Privatgelände. So alles, was groß ist, wie ein Flughafen oder wie eine Fabrik oder wie Universitäten, wo man einfach mit niedriger Geschwindigkeit empfangen kann. Das bietet sich auch für erste Versuche mit autonomen Fahrzeugen.